Hallöchen, ihr Lieben, ja, ich bin's nochmal, euer Timo Frank. Ganz, ganz kurz, heute mal wieder am Sonntag, ich hab ja gesagt, ich melde mich ab und zu mal hier auf meinem YouTube-Channel für euch, immer noch schön in Weihnachtsstimmung, es ist bald soweit, ja, bald ist der heilige Abend, bald ist Weihnachten, aber heute erstmal wünsche ich euch allen einen wunderschönen, gesegneten vierten Advent. Genießt den Sonntag, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen mit eurer Familie, mit euren Lieben, macht das Beste aus dem Tag und freut euch auf die Weihnachtszeit. Da gibt's wieder viele, viele Leckereien zum Puttern, obwohl, ich sollte vielleicht mal ein bisschen auf Diät gehen. Also, wie gesagt, ne, habt einen schönen Sonntag und genießt den vierten Advent. Bye, bye.